So, da bin ich. So, und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play AmiBirds Star Wars zu einer weiteren Folge mit Nils von der Schütze Fritzo. Zack und boom. Äh, 33. Ich meine das am besten. Scheiße, das war ja gar nix. Oh, das war schwierig. Ich muss auf jeden Fall versuchen, mal durchzukommen. Scheiße, ey. Dann schießt ja einer noch so bläde. Jo. Ja und, da auch noch und. Schießt der immer noch da oben? Oder ist der kaputt? Jetzt weiß ich gar nicht. Der hat's da voll weggefetzt. Hab ich's jetzt gepackt oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Ja! So, aus dem Sound zu urteilen, ja. Geil. Haha, das war ja krass. Krasses Level, ey. Bis demnächst, zum nächsten Let's Play. ... … ...